Nichts böse gemeint, aber sagt mir mal, wenn er fertig spielt, dann wäre mein Kopf der helle Sonne raus. Äh, ja. Also auch, ey. Jo. Und die Kauplexe sind fertig. Ja, das darf nerven. Ich bin fertig gejagt. Gott, der F***! Ich bin hier geradgekladet unter dem Salzmutter. Wer spielt denn überhaupt? Benni! Benni! Benni, mach ein Vorspiel, heute. Wenn wir irgendwie vorbei sind, das gibt's doch nicht. Ach, Fanny, Alter. Jetzt holst du die Gitarre raus. Ich würd so Rono sein, ist egal. Wer ist jetzt zu Ende? Boah, jetzt steht er da hinten. Doch nicht. Ja, natürlich, jetzt wär ich geteamkilled. Ich hab Kneipi. Kennt der Kneipi nur von jetzt an? Ja. Hey, ich kann ihn nicht allischen. So falsch. Hey, ich kann den Typen nicht punishen, hä? Ich schreib mir die P rein. Ausrufezeichen P. Äh. Sagt mir eigentlich nichts gemacht an. Wo denn? Wurde gedefibrilliert. Erstmal einen Camper weggeholt. Du bist richtig P bringt auch nichts. He, he. Boost. Jo. Ich hab mich direkt beim Spawn weggeholt. Schön. Ja, voll der Killer, Alter. Na, ist doch schön. Was ist das denn? Andy rennt an mir vorbei und ohne mich zu reanimieren wirst du? Was? Ja, ist der Lack hier, Alter. Der Kneipi. Ja, schönes Taschenlampe. Dieser Kneipi, der war schon oft bei... ...fragbare Sonne. Ha? Endlich, endlich mal Musik auf, die keiner recht hat, außer Benny. Ich. Naja. Doch, seine Gitarre hat da richtig drauf. Ja, ist richtig. Naja, die Gitarre hat er gekauft, also. Firmware Streak läuft. Er hat aber nicht die Lizenz für die E-Gitarre gekauft. Das stimmt. Er hat nur das Produkt an sich gewonnen. Er hat nur das Produkt an sich gewonnen. Nein, jetzt bin ich draufgegangen. Der U-Eber von den ganzen E-Gitarren. Hier unter diesen Namen laufen. Ja, ich spawne und werd mit der 44er geschossen. Ja, ja. Das war echt, Mann. Ich bin nicht vor mir spawns, Alter. Ja, das. Ich kann nicht dafür. Ja, du kannst da nix für, aber fand ich krass. Deswegen merke ich ja im Räumen, weil ich spawns mit... Wenn ich ein bisschen leiser wär auch gut. Ja, ne. Hilfe bei Kilo 100, ey, find ich geil. Hilfe bei Kilo 100. Was, ey? Nein, Andy. Krass, du warst. Das ist ein Schiss. Das lag der Räumen, Alter. Nein, das auch nicht. Das ist so ein Fuss, ey. Ey, wie muss ich dir einen Kaffee kommen? Was? What the fuck, Alter? Ich will grad eben abschießen. Da will ich sofort vom Sniper natürlich wieder wegholzen. Das gibt's ja nicht. Einen echten Sniper? What the? Boah. Du meinst so richtig hier der JFK-Schuss, oder? Ja. Na so ein kleines Sniper-Kit. Und keiner weiß von wo. Da oben auf dem Kran? Ja. Oh ne. Weil so ein Level 25er würde wohl kaum... Würde wohl kaum... Oh, er hat mich erschossen. Mit der M60, natürlich. Lens am Meter überdrehen. Ach, du Arsch, Alter. Ja. Ich hab die Map in der letzten Runde halbwegs lieb gewonnen. Und komm jetzt halbwegs klar. Apex, Apex hast du dir mal die Musik-Bot runtergeladen? Ja, ich hab grad gar nichts verstanden. Ich hab da gestern Link geschickt. Da ist da so ein Musik-Bot drin. Da sollten wir uns mal Musik machen, ja. Ach so. Ach, ach, ach. Regi ist auch da, okay. Ähm, gib mal einfach bei Google... Wenn du den Link nicht mehr hast, gib mal bei Google mal, ähm, Musik-Bot TS3-End. Ah, der Halbi steht da, ey, mit seiner Sniper und wartet nur. Der steht da, mitten im Gang. Ich weiß auch nicht, ob du dafür, ähm... Ist weg, hab ich weggeschossen. ...Bindend brauchst. Muss ich mal ahnen, wie das funktioniert. What the... Das ist bloß, was es ist. Du lebst wieder. Kannste, ich kannste mit mir mal probieren, ob ich sie mal hinkriege. Schon wieder down? Was schießt denn dann down auf dich? Jaaa... Ich bin wegfohlen, bis so großartig. Alter, mit deinem M60 da drin. Teamkill! Ich hab grad nicht zwei Stammle, alle dazwischen quatschen immer. Wie gesagt, du kannst erst mal testen, ob's überhaupt funktioniert. Ja. Ich hab's schon hinbekommen mit'n... Mit'n zweit, ähm, mit'n zweit, äh... Sagen wir mal, Account jetzt für'n TS. In der zweiten Identität, kannst du auch Musikwort drüber rufen lassen. Aha! Hat schon funktioniert, aber da war die Qualität irgendwie ein bisschen beschissen. Ja, den kann ich nicht sagen. Das ist eine Mange, wir bauen nicht so das Beste. Oh Gott, das hörte sich gerade richtig böse an. Aber vielleicht hat Benny ja mal Zeit und kann mal gucken. Bende kann nur gut Englisch, denk' ich mal. Ich bin ja nicht so bewandert. Warte, ich kann Englisch? Ach du warst, du warst der Pole, du kannst ja was Polnisch. ...einen Ha, noob, Alter. Heisenberg, trifft nicht mal mit der RPG. Auf der Map! Auf der Map, ja. Trifft er nicht mal. Kann er nicht. Nix kann er, außer Schimmel. Boah, die Map, die ich... ...so lange nicht mehr gespielt hab, Alter. Ja. Ja. Ja, bloß ein bisschen zu warm. Meine Arme werden jetzt langsam warm. Meine Finger werden warm. Jetzt geht jetzt langsam los, sagst du? Jetzt weiß ich, wo das Problem von gestern Abend liegt. Oh yeah. Durch die Zeitumstellung habe ich gleich mal eine Stunde mehr Party gemacht. Ja. Habt ihr jetzt auch? Womit wird denn heute hingeschalten? Warte, wurde schon. Von 3 auf 2, also eine Stunde zurück. Genau. Du hast quasi die Nacht eine Stunde mehr geschlafen. Also dein PC sollte das eigentlich automatisch gemacht haben. Also bis zum 6 aufgestanden, bis zum 6 aufgestanden. Meiner hat er. Ja, das ist morgens länger hell und abends eher dunkel. Ah, das ist Mr. Fanny. Entschuldigung. Macht netz, macht netz. Ist er 16.40 oder? Ja. Ja, super. Ja, dann ist es ja morgens fucking länger dunkel und abends länger hell. Abends früher dunkel. Nee, abends früher dunkel. Abends früher dunkel und abends später hell. Mensch, was rennt der mich denn in meine Kugel? Abends später hell. Ja, die rennen immer an deine Munni rennen immer nicht. Am Morgen ist es jetzt dunkler und am Abend ist es auch dunkler. Es ist einfach dunkel. Nein, am Abend ist es später hell. Genau. Abends ist es später hell. Nachts ist es kälter wie draußen. Durch weites kürzer als zu Fuß. Ja, durch weites kürzer als zu Fuß. Ja, durch weites kürzer als zu Fuß ist auch gut. Nachts ist... Nachts ist... Dann gar ne. Das war nur... War nur der... Der Karl. Was los? Was hat Michael grad gesagt? Ich weiß es nicht. Die Kirchtürme, desto höher desto bim-bam. Hier ist dein Medikator. Achso, ich hab mal die... Ich hab die Aufnahme an. Mit diesem lustigen Musikspiel auch nebenbei. Ja? Falle, die es noch nicht wissen. Äh... Oh, Muster, wenn ich... Nimm ich mich auch auf. Ja. Ich auch auf. Ich wollte das auch mal gesagt haben. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Nein. Gürtet den mal jemand. Wollen die meine Mama grüßen? Der mit seiner Scheiß G3, Alter. Also, ich grüße meine Mama, meine Oma, meine Freunde. Meine Opa. Wenn ich mal die neuen Seiten aufgespielt habe. Den Rest der Familie. Papa guckt und ich hab's geschafft. In dem Fernsehen. Äh, klar, okay. Ey, was probiert damit einer? Dann grüßen wir noch alle, die heute nicht da sind zum zocken. Und alle, die da sind zum zocken. Und alle, die da sind zum zocken. Und alle, die da sind. Die nicht da sein wollten. Wisst ihr, was das beste an den Cornflakes ist? Was am Cornflakes? Die Milch danach. Die Milch danach. Die Milch danach. Hahaha. Hab ich denn hier überhaupt ne Waffe? Achso. Ich weiß es gerade gar nicht. Neckfogs, du scheiß Gunder. Die haben fast nur Sniper im Team mit. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich spawne und werde sofort vom Sniper weggeholt. Natürlich. Aber ich glaube, der Typ, ja, der sitzt hier oben auf dem Kran. Das Leben. Das war aber so warm Spielrunde. A real Cran, man. Können wir mal Rush spielen? Das spielt sich wenigstens besser. Das spielt sich so rasch, ne? Nee, da kann man wenigstens ordentlich spielen. Ja, labber. Cooles Wortspiel. So langsam komm ich doch wieder in die Steuerung rein, Alter. Da wechselt man mal die Waffe und dann ist die Runde vorbei. Sachen gibts. Dein Team hat gewonnen. Und ich war nicht scheiße. Was? Meinte man gewonnen? Das geht gar nicht. Ganz oben. Scheiße, Alter. Negative, ey. Na bist du behinderter, ey? Was ist mit dir los? Ich hab Melee-Metal bekommen. Ja, ich hab keine. Ich hab ne Melee-Metal. Ne Melee-Metal. Jetzt ist er Backer. Ich hab eine. Melee-Metal. Fürs Messer. Nahkampf-Metal ist also. Nein, Melee. Melee. Ich hab ne Melee. Melee. Ja, ich hab ein Melee. Mayday. Ich hab ein Melee. Danke dir es mit mir noch mal Lücken. elles wurden dich gleicher thriller소 내�zieht. Vielen Dank.